Musik Er lebt noch. Willst du mir was sagen? Diesen Albtraum hab ich jede Nacht. Dieser Tag war die Hölle. Alle haben geschrien. Das werde ich nicht vergessen. Was gibt hier vor? Sie werden gebissen und verwandeln sich. Es breitet sich immer weiter aus. Basischnell. Grauenhaft. Leon? Es gab einen weiteren Ausbruch. Ich muss los. Mach keine Dummheiten. Der erste Ausbruch war in Raccoon City. Das dürfen wir nicht unter Verschluss halten. Wenn das Publikum wird, decken wir vielleicht eine Verschwörung auf. Wen ich auch frage, alle weichen mir aus. Tut mir leid. Kein Kommentar. Wir werden der Welt zeigen, dass wir eine starke Nation sind, die immer in der Lage ist, die Interessen der freien Welt zu schützen. Wir müssen die Quelle der Hoffnung für diejenigen sein, die Freiheit suchen. Keiner kann den Frieden und den Wohlstand zerstören. Das lassen wir nicht zu. Aus welchem Grund sind Sie hier? Das ist Geheimsache. Wissen Sie, wo die Ursache des Terrors liegt? In der Angst. Ich zeig dir, was Angst heisst. Ich zeig dir, was Angst heisst. Ich zeig dir, was Angst heisst.